Der Advent hat kaum begonnen und schon ist bei den Grünen Bescherung. Neun Monate nach dem sensationellen Wahlsieg haben die Wähler und Wählerinnen in Baden-Württemberg den Grünen beim Volksentscheid am Sonntag ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gemacht. Sie haben ihren frisch gewählten Lieblingen Stuttgart 21 unter den Baum gelegt und viele hoffen, dass dieser Baum jetzt brennt. Wenn die sich da nun nicht täuschen. Das Motto gegen den unterirdischen Bahnhof hieß Obenbleiben und an diesem Motto werden die Grünen unter ihrem Superstar Winfried Kretschmann festhalten. Sie werden obenbleiben, auch wenn sie den verhassten und vermutlich tatsächlich ökonomisch und ökologisch schwachsinnigen Bahnhof jetzt selber bauen müssen. Da hat der cleverer Winfried Kretschmann doch im Wahlkampf schon vorgebaut. Ich erinnere mich genau, wie er gesagt hat, es kann sein, dass wir die Wahl gewinnen und Stuttgart 21 dann trotzdem bauen müssen. Er hätte auch damals schon sagen können, liebe erzkonservative Baden-Württemberger, ich halte Stuttgart 21 für Schwachsinn, aber ich habe kein Problem damit, wenn Sie mir als Ministerpräsident den Bau dieses Schwachsinns anvertrauen. Das ist die neue Erfolgsformel der Grünen. Sie haben gelernt, man rettet Kröten am besten dadurch, dass man sie schluckt. Als die Grünen in ihren Anfängen raus aus der NATO 5 Mark für den Liter Benzin forderten, da hatte die verschreckte Wählerschaft doch Angst, die könnten das ernst meinen. Deshalb mussten die Grünen, als sie 1998 mit der SPD an die Macht kamen, erst mal alle bürgerlichen Ängste zerstreuen. Sie haben keine drei Monate nach der Wahl deutsche Soldaten weitergeschickt, als ihre Väter je gekommen sind. Raus aus der NATO hieß jetzt über die NATO hinaus. Sie haben zusammen mit den Sozen Steuergeschenke an die Konzerne verteilt, Hedgefonds ins Land geholt, die sozial Benachteiligten mit Hartz IV geschröpft und den Spitzensteuersatz der Besserverdiener von 53% auf 42% gesenkt. Das alles wurde finanziert mit gigantischen neuen Schulden. Eine klassische Umverteilung von oben nach unten. Denn das Durchschnittseinkommen der Grünen Wähler liegt klar über dem der FDP-Wähler. Und wenn man oben bleiben will, sollte man es sich mit den Oberen nicht verderben. Deshalb verschreckt es heute auch keinen mehr, wenn die Grünen auf den Parteitag höhere Steuern für die Reichen fordern. Jeder weiß, sie werden sich einen Koalitionspartner suchen, mit dem das nicht möglich ist. Die Grünen von heute sind eben eine ganz normale Partei. Oder wie andere sagen, das Gleiche in Grün. Bis neulich.